Ja gut dann ist beladen und start da dann geht es jetzt los. Ja dann mal los ne. Mit der alten Maschine hier. Ja nicht. Die Sichtbarkeit. Ja. Ah ok. Verstehen. Komm unter der Brücke durch man. Ja unter anderem auch. Er ist ein bisschen tief. Da auch drunter durch? Ja genau. Nee alter. Ich hab Bomben unten dran man. Fliegst du die Radallgrenzen? Mhm. Sind das Bomben? Oder ist das einfach nur ein Lastzeug was die brauchen? Keine Ahnung. Ahhhh. Ahhhh. Uiuiui. Oh oh Triebwerk brennt. Das ist wie Triebwerk. Die Propeller vorne dran. Das ist wie Triebwerk. Ich muss aber über nen Bergkollege. Oh. Shit. Geht das Ding noch richtig? Ja irgendwie ist dieses linke Fahrwerk Glitch. Hab ich kaputt gemacht mit dem Feuer. Ja. Nach unten. Ich flieg zu hoch. Willst du mich veräppeln? Oder was? Ich kann ja gleich in die Straße fahren. Zwischen die Berge alter. Nein. Oh verdammt nochmal. Gute Nacht. Oh nein. Triebwerk. Oh shit. Und tschüss. So. Den Anwurf auszulösen. Dann flieg mal da rein. Oh Gott. Und lande. Gut. Gut. Und euch? Uns geht es auch gut. Ja. Auch super. Sehr schön. Es freut uns. Sehr schön. Ja. Super. Top. In Roges war Banküberfall. Da hab ich auch was mitgekriegt. ja. Ui 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 ui. alles gut, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Alter. Wie ist das nicht in die Hose gegangen gerade? Ich war jetzt nicht. Ja komm, der Taumarsch kommt weg geht's. Das war auch ultra sick wie die das gemacht haben. Das war, das war stiller. Und seine Clique Und die sind ja irgendwie acht Leute oder so Und die haben so ein So ein Pro-Move gemacht Weil die sind ja alle noch mega unbekannt Und so macht man eben Crime, Alter Nicht wahllos irgendwie tausend Leute überfallen Sondern sich was ausdenken Und Vier Stück haben Maske genommen Und Und die anderen Darunter auch Stilla Haben Geiseln gespielt Die waren Geiseln und zack hatten die natürlich Geiseln Und die wurden dann ja freigelassen Und Stilla saß dann im Saloon mit den anderen Während die noch da am Überfallen waren Geil Es war ultra sick, Alter Das Ding fliegt komplett beschissen jetzt Seitdem ich Da ist die Militärbasis, wenn wir da drüber fliegen, sind wir im Arsch Area 50 irgendwas 69 Wahrscheinlich Wahrscheinlich Dann fliegt er wohl nicht drüber Nee ha Da ist ein Und tschüss. Jagst die Luft. Ganz knapp. Hallo? Carl, es ist Wusi. Ah, Wusi. Komm her und siehst du dir selbst. Ich habe eine kleine Geschäftsproposition für dich. Komm her und siehst du das Setup. Geschäftsangebot. Das wäre es Wusi. Der blinde Chinesi. Ah, der blinde Dude. Im Drachencassino, Alter. Genau. Dann fliegen wir da jetzt mal hin. Ich sage jetzt, habe ich eine falsche? Wir landen jetzt einfach auf der Straße. Ich lade, glaube ich, nirgendwo, Bruder. Bitte geh nicht hoch, bitte geh nicht hoch. Alles gut, der geht nicht hoch. Ich meine, wir sind ein bisschen stuck hier. Alter, bist du bekloppt? Oh, kommt der? Raus! Um Gottes Willen! Mann, diese Drecks-KI, Alter! Dumme Scheißkops. Und alle Waffen weg. Oh, Mann! Piss dich! Knie-Kick. Ey, die ist aber schon ganz schön breit, Alter. Die breitet sich jetzt nirgends mehr aus, hier. Fick dich und ciao! Roundhouse-Kick und tschüss! Dann hast du sogar ein bisschen den Boden geprügelt. Nimm mal die Haare von diesem komischen Rocker-Boot hier mit. Oh, mit dem Ellbogen. Ey, die brügeln sich, was geht? Oh, das ist so. Oh, das ist so schön. Nein! Scheiße. Ist der wie auf den Straßen von St. Dennis? Ui! Wie auf den Straßen von St. Dennis? St. Dennis? Mann! Nein, das würde ich jetzt nicht überhaupt nicht sagen. Der nächste ist sicher. Klar, mega. Ja. Kaum bist du in der Stadt, wirst du von irgendwelchen Italienern überfallen. Lol. Du sagst wer? Ich. Weil es halt so ist, jedes Mal, wenn du in die Scheißstadt gehst, will irgendjemand anders was von dir. Ja. Oh, Aua. Achtung, Motorrad! Das bleibt vorher stehen. Was ist das für ein Stadion? Zum Reingehen. Oh. Keine Ahnung. Okay. Sollen wir mal rein? Ja, gehen wir mal rein. Das ist ein Nesca-Event Könnte sein Ich glaube, es war in der ersten In der Stadt Hier ist glaube ich Das Dirt-Track-Ding Dirt-Track So ist dann Dirt-Ring Ah Okay, na dann, geh mal rein Oh Gott Stimmt, ich muss hier die Dings machen Die Tricks muss da durchlanden Ja Da war los Jetzt haben wir möglichst viele Punkte Oh Gott, Alter Da drüber fahren Geil Da hol mal Anlauf Ja Das nehmen wir vorher noch mit Obwohl, ist grün Kannst du ja die Schmerzen noch mitnehmen Oh Gott, krass Okay, boah, halt nochmal Das ist strong mit dem Brett Das wird schwierig Ja Und Gas Sehr schön Looping Gib ihm Oh, hä? Das kann ich ja gar nicht kontrollieren Ob ich da auf die Schnauze Ja, das ist es nicht So ein Müll Das ist auch schwer hier, Alter Ja Hey, wie soll denn das gehen? Achso Oh Egal, scheiß drauf Nein, das ist gelb Das bringt zwei Punkte Oh Gott Was ist das hier? Boah, das ist sick schwer Auch gar nicht so leicht Guck mal, den krieg ich auch Ach Sehr schön Boah, das ist ein roter Fuck Mach erst andere Sachen Ja Nice Geht zweimal grün Mach mal grün Sehr gut Das ist auch noch grün Ja Von der anderen Seite Ach, schade Ah, damn Hier hoch Ach, du scheiße Da gibt's auch rot Das ist aber crazy schwer Ja Muss ich ja erst mal Ob ich sie erst mal hochkomme Die Pisse da hoch Ja Nice Boah, geil Nein, sehr schön Der Profi Ey, Weppi haut rein hier Ja Da oben ist auch ne rote Geil, sehr schön Das ist ja easy Ja Oh Oha Es ist schräg Okay, krass Deswegen ist das Oh Okay Strong, doch schwer Mach ich was anderes Mal was anderes Mal was anderes Mal was anderes Aber die looping schon hier? Nee Nee Und Haps Nice Oh Okay, Markierung Punkt ist Punkt Oh Ja Sehr geil So nämlich Bruder Ich hab einfach drüber Krass Ja Nein Ja Komm, wir sammeln doch erst mal die Anderen Things hier ein Oh, was ist das denn? Scheiße ist das Easy Geschenkt Ja, ist geschenkt, Alter Ist hier schon geschenkt Ja Da, durch den looping springen Ist auch geschenkt Durch den Ring springen Nice Da oben die Steine Ja Ich bin gespannt, wie wir jetzt hier verkriegen Bestimmt 10k, oder? Ja, man würde ich mich auch nicht beschweren Ja, safe nicht Die gelben hier nochmal Geh mal von 10 aus, dann Dann kann man nicht enttäuscht werden Dann wird es eher geiler, wenn wir auf einmal mehr haben Ja, ist richtig Oh, hast du nur noch rote gefühlt Ja Okay, krass So, dann hier nochmal hoch Also, die hätten die Steine rollen auch irgendwie nochmal ein bisschen größer machen können Größer Noch größer Ja, ja, klar Dass man da noch schlechter zurückkommt Okay, den haben wir wenigstens Ja, nice TJ, Mann Das hilft Das gibt es aber in den Baumstämmen noch So ist es nicht aus, als er in den Lausgang springt, da unten Dazu muss ich absteigen Ah, okay So, hier Ist ja nix Ja, sag das nicht so Die Dinger sind rund, alter Ich schrei nix Direkt runtergefallen Vor allem, man kann es gar nicht anwesend, weil man in dem Stein fährt, alter Drecksstein Dumme Grove Street Games, Idioten, alter Ohne Witz Alles voll klar, was man verkacken kann 20 Sekunden Guck mal, ich kann es doch gar nicht anwesend Hier Wie soll ich denn da gucken, wo ich bin Hä Tja Okay, sehr gut 47 50 Nice Ziel erreicht Ja, ich glaube, das ist, ja Ja, ist hier nicht mehr drin Ne Oh Okay, sehr geil Rekord gebrochen Und jetzt gibt es nichts Jetzt so 50k Doch, wir haben was gekriegt, aber Ist halt hochgegangen, aber ich hab nicht gesehen, was wir davor hatten Wir haben nichts gekriegt Die Zahl ist gerade hochgegangen, alter Ich kann mich aber daran erinnern, dass wir vorher schon die 49.000 hatten Ja, dann haben wir nichts gekriegt, gut Geil, sehr schön Die Dune, alter, coole Kiste Ja Geil, haben wir nicht mal was gekriegt, ist doch schön Wahrscheinlich kriegst du dann 10.000, wenn du alles geschafft hast Wahrscheinlich Gibt das auch wieder oben, oder? Wie denn? Dantel liegt auf der Seite Ungerutscht Unqualmt Und tschüss Aua Ey, du Kopf Piss dich Oh, oh Voll in die Weichteile Ein paar Waffen gönnen Ey, schlimm bleiben Gut, der wär jetzt eh draufgegangen, der Kopf Aua So, ab ins Club-Auto, Schrotze mitnehmen Und weg hier Ab dem Ford Ratings, oder? Da hat er ja gesagt, dass du da bist Da wussi Au Ah Nicht schießen Boah, was? Wie schnell ging das denn, ey? Aber das und vieles mehr Erst in der nächsten Folge von GTA San Andreas Für das Zuschauen Bis zum nächsten Mal Auf Wiedersehen Und bis dann Tschüss 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017